jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 mit dem finalen kapitel unseres let's plays und zwar der triple crown die steht heute abend mit drei events wir fangen an mit der dreifache krone rallye dann geht es weiter mit land wasch und dann geht es am ende mit dem rallye cross weiter das ist auf jeden fall der große das große finale und wir fangen an mit der dreifache krone der rallye wir haben also noch einiges zu tun ich weiß noch nicht wie weit es halt aussieht aber wir fangen heute an mit michigen mit den usa dafür fall der triple crown ja und damit geht es los wir gucken mal rein was die strecken so sagen 7 9 14 10 14 14 herzlich glückwunsch ja wie split man das ganze ding es sind insgesamt acht strecken also 44 möchte ich gerne machen eigentlich 1 2 3 4 dann haben wir aber wirklich am boah dann aber morgen so viel rennen wenn wir über acht minuten sind pro rennen 80 24 über weit über eine halbe stunde pro rennen pro dings ich überlege gerade was machen kriegst du nicht anders geteilt ne ja dann ist es so gut dann gehen wir rein in den ersten part also wir haben einiges zu tun auf jeden fall wobei das hier nur die rallye so lange ist die der land wasch ist relativ easy ja aber wir machen hat ja auf jeden fall den ersten teil okay so fahrsektionen wir nehmen sich wieder einen zweiten satz reifen mit dann kann man nämlich immer mal gebrauchen da kann man ja durch wechseln wo die staaten in den ersten teil das wäre blöd drei minuten 28 ist vor ich habe Ja, komm mal hin, komm. Wir haben morgen einen sehr, sehr langen Tag. Ja, aber ich bin ein bisschen irritiert worden gerade. Unter, links, fünf. In rechts, vier. Lachen, rüber, rechts. Und links, drei. Nicht schneiden. Osten, außen. Offene, kehre links. Rechts, sechs. Und weg. In links, vier. Und rechts, sechs. Rechts, drei. Nicht schneiden. In links, vier. Lachen, rüber, rechts. Rechts, fünf. 200. Rechts, drei. Lachen, rüber, rechts. 200. Rechts, vier. Lachen, rüber, rechts. In rechts, rüber, rechts. Und rechts, sechs. Nicht schneiden. Rechts, fünf. Ebenen, links, vier. Über, rüber, macht auf. 60. Rechts, sechs. Rechts, sechs. Ebenen, links, vier. Lachen, rüber, rechts. Macht auf. Innen rechts, 200. Rechts, drei. Also, ich wüsste da aufpassen, das war nicht zu da an die Bäume fahren. Und links, sechs. Und rechts, sechs. Und links, drei. Rechts, fünf. Links, ein. Über, rüber, rechts. Rechts, fünf. Und rechts, rechts. Rechts, zwei. Lang, innerhalb. 250. Rechts, vier. Lang, innerhalb. 250. Rechts, vier. Lang, innerhalb. 60. Ich habe auch ein bisschen umgestellt in meinem Team. Aber. Aber in etwa, da freue ich mich schon drauf, wenn das Ding durch ist. Aber einige Wochen haben wir das für für kauen. Links, vier. Lang, 500. Links, 160. Bis, Ziel. Okay. Bring es zum Marsch. So, perfekt. Das haben wir auch Teil 1 haben wir schon mal abgeschlossen. Okay. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. So. Okay. Das war die Highlights. Und, um, das war's. Gut gemacht. Okay. Ist das gern noch nicht mehr. Ist das? Das dauert wieder jetzt einen kleinen Moment. Dankeschön. Hau auf! 5, 4, 3, 2, 1, los! Also, wir werden 4 Rennen pro Tag sehen, pro Renn-Tag sehen. Gut, dass das Thema Rallye als erstes ist, weil dann sind wir damit schon mal durch. Dann, wenn wir das hier durch haben, das dauert noch ein paar Wochen. Ja, da wird es wahrscheinlich auch nachher weitergehen, wenn wir nicht vor Speed Feed. So nebenbei. Aber es dauert halt alles noch ein bisschen. Was? Ja! Das ist wieder ein bisschen in die Spur zurückkommen. Ja! 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 Das ist sehr gut gelaufen! Tolle Wertungsprüfung! Gut gemacht! Ja! 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 Sehr gut! Nächster Teil! Die Strecke war jetzt genauso kurz wie die davor. Fanger. Ja! Dass es noch mal ist. Genau! Ja! 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 Der Motor hatte eine Fehlzündung im Servicebereich, das könnte sich bemerkbar machen. 5, 4, 3, 2, 1, 0, rechts 4, durchsenken, Pfosten innen, mittig halten, über Kuppe, links 5, 150, rechts 3, und links 6, rechts 5, nicht schneiden, rechts halten, über Kuppe, 60, Vorsicht, rechts 4, Bette, links 4, Bette, 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 Bette. 5, in rechts 4, lang, überwenden, und links 3, 150, rechts 3, lang, innerhalb, runter, und rechts 6, und links 3, 150, rechts 3, und links 6, rechts 5, in links 4, überwenden, 6, rechts, links, 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 ja, war ja, links 4, wir fliegen hier gerade nur so durch, nächste Ränder nach 10 Kilometer ungefähr, aber morgen ist der Megatag. Ich habe ein bisschen Vorsprung gekriegt. Ich habe ein bisschen Vorsprung gekriegt. Wir haben jetzt gleich das Rennen durch. Wir fliegen hier schön gerade durch die Wälder hier in Michigan. In links 4, lang, macht auf, innerhalb, runter, rechts, 6. In links 4, lang, macht auf, innerhalb, mit steigen, 200, rechts, 4, lang, macht zu, innerhalb, mit steigen, und links, 6, 200, 200, übernehmen. In links 4, inkehre, rechts, in links 4, lang, 200, links 4, lang, innen halten, nicht steigen, 100, rechts, 6. Und links, 45, durch senken, rechts, 6, über 150, rechts, 3, und links, 6, 100, rechts, 4, lang, innen halten, nicht steigen, und links, 6, 200, bis ziehen. Das haben wir gut gemacht. 47 Sekunden am Ende. Tolles Ergebnis. Das war unschlagbar. Das war unschlagbar. Gut. Nächste Rennen, 9 Kilometer, fast 10 Kilometer. Das war unschlagbar. Okay, gib dein Bestes. Let's go. 5 Minuten 44, gibt er uns vor. 5, 4, 3, 2, 1, los. 2 Minuten 45, rechts 5, links halten, überwunden, rechts vor, links 4, durchsägen, 60. Rechts 5, nicht schneiden, rechts 5, und rechts 4, Pfosten aus, 60. Pfosten aus, links 3, nach, in der Hand, runter, und rechts 6. Ah, was. Begrenzung brauchen wir nicht, Schilder genauso wenig, ab geht's. Links 3, nach, in der Hand, rechts, Pfosten aus, 60. Äh, da, wo konnte ich mich nicht entscheiden, rechts oder links, sondern... Rechts 4, durchsägen, Pfosten innen, mittig halten, überwunden, links 5, 60, links 4, überwunden, in rechts 6. Das ist jetzt das letzte Rennen für heute, und das ist ein vorgeschmackertes, was morgen da war, hat der Dillofin-Falborg, ein Megatag, am Schluss der Woche. Rechts 5, rechts 3, nach, in der Hand, runter, rechts 5, rechts 5. In links 4, überwunden, macht auf, 60, rechts 6. Links 3, nach, in der Hand, runter, rechts 5. In links 6, in rechts 4, überwunden, links 5. In rechts 4, lang, überwunden, und links 3. Rechts 5, rechts 5, rechts 5, überwunden, 60, scharf links, 60. Kuppe, 60. Rechts 5, links 5, überwunden, mit ein Sprung, links 4, durchsägen, 60. Da ist mir schon wieder weggekommen. Rechts 4, lang, macht zu, innen halb, links 5. Und links 6, 150, rechts 3. Und links 6, 150, rechts 3, nach, innen halb, unter. Links 5, in rechts 4, lang, überwunden. 14,5 Vorsprung. Und links 3, 60. Links 4, Popo, in rechts 6. Und links 5, 18, 110, überwählen. Links 1, über Kuppe, 60, rechts 5, rechts 1, über Kuppe, 60, Schafnitz, 60, Kuppe, 60. Rechts 6, Baustimme innen. Und links 5, 40, durchsäcke. Rechts 6, über Kuppe, links 5, in rechts 4, lang. 18, 3. 19, 3. Da war 22, 8. Rechts 4, Abzug, über Kuppe, und links 5, 60, um rechts 6, und links 3, 200. Rechts 4, lang, innenhalb, 60. Rechts 5, links halb, über Kuppe, gleich Sprung, links 4, durchsäcke, 60, rechts schneiden. Rechts 5, links 4, in links 2. Rechts 5, links halb, über Kuppe, gleich Sprung, links 4, durchsäcke, 60, rechts 5, rechts 3, rechts schneiden. In links 4, lang, überwählen. Und rechts 5, überwählen. 31, 2, also wir legen nochmal richtig zu. Rechts 3, lang, innenhalb, 200. Rechts 4, lang, innenhalb, rechts 4, lang, innenhalb, rechts 4, links 6, mit stein, 150. Rechts 3, rechts 3. Und links 6, rechts 5, links halb, über Kuppe, 9 Sprung, links 4, durchsäcke, 60. Rechts 5, rechts 5, links 5, links 5, links 5, links 4, lang, innenhalb, links 5, links 5, links 4, lang, überwählen. Und links 3, 150, rechts 3. Und links 6, rechts 5, in links 6, in rechts 4, überwählen. Links 5, links 5, rechts 4, durchsäcke, mittig halb, überwählen, links 5, rechts 5, links 5, links halb, überwählen, vielleicht Sprung bis Ziel. Okay, Fahrzeug. Perfekt. Perfekt. Damit sind es 44, fast 45 Sekunden, also dreiviertel Minute Vorsprung. Auf Herz 2. Also nochmal draufgelegt. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Und wie ihr seht, geht es heute, beziehungsweise morgen weiter dann mit dem Munster-Teil. Nämlich dann 14 Kilometer, 10 Kilometer, 14 Kilometer, 14 Kilometer. Und morgen auf jeden Fall der Arzt im Auftakt das Längste. Naja, wie du mal sagst, ich hoffe wir schaffen es und wir holen das Ding. Ich verabschiede mich für heute, wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn ihr Bock habt bei Let's Play Dirt 4 und dem Auftakt der Triple Crap.